Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Euer Gott ist nur Elektroschrott und völlig überteuert Apple ist ein Arschloch und Siri ist bescheuert Das Leben ist seither einsam und still Keiner, der noch mit mir Whatsappen will Der sicherste Weg, jeden Freund zu vergrätzen Ist ein religiöses Gefühl zu verletzen Doch finde ich sollte man trotz alledem gerade heute zu seinen Überzeugungen stehen Es war in mir drin und es musste mal raus Liebe Gläubigen, gläubt mir, ihr haltet das aus Das iPhone 5 ist scheiße Ich sag es euch ganz offen Und dass der Mist wem heilig ist, das macht mich echt betroffen Euer Gott ist nur Elektroschrott und vollkommen daneben Apple ist ein Arschloch und Siri macht's mit jedem Das iPhone 5 ist scheiße, es sieht auch nicht gut aus Und dass der Mist wem heilig ist, halt ich im Kopf nicht aus Euer Gott ist nur Elektroschrott und völlig überteuert Apple ist ein Arschloch und Siri ist bescheuert